. 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 Der Polarider war ein Mensch. Für den habe ich gefunden, es ist gar nichts anders richtig als die Richtung. Das war für mich ein Mensch, der eigentlich nicht mehr ein Mensch war, wie ein Tier. Es ist schon ganz schlimm, was er drei Mal gemacht hat. Aber man kann nicht jemanden töten. Jemanden, das kann man nicht einfach weit töten. Wenn ich die letzten Jahre zurückholen könnte, würde ich sie zurückholen und anders leben. Ich kann es nicht. So bleibt mir nur übrig an ihre christliche Liebe und an ihre Großmut zu appellieren. Der ist rausgetropft aus dieser ganzen Gesellschaft, nachdem er vorher ein hochgradig angepasster, fürchterlich fleißiger Buchhalter gewesen ist. Jetzt war er ein Verbrecher. . 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